Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch, nochmal im Ranked, Goro hält sich nicht an seine eigenen Regeln. Regeln sind was für Loops. Weißt du, er sagte vorhin noch zu, mach was an, dann sagt er, sag ich, ach Quick Match, dann sagt er, ja, ich hab Bock auf Ranked, aber man soll sich an seine eigenen Regeln halten. Dann bricht er die Suche doch heimlich ab und sagt, ah, wir haben jetzt übrigens doch Ranked. Warte, 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 da bricht er die Suche ab, macht Brawl an, als es eine gute Pfadezeit ist, macht er doch ein Ranked. Hat er das Brawl angemacht zwischendurch? Ja. Der Brawl ist Random-Hellen, ne? Ist eigentlich auch ganz lustig. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer näher sich. Oben, unten, da. Halten Sie die Pracht auf. Komm von rechts, da kommen vorne viel zu wenige raus. Ja, sind alle hier, alle hier hinten hinter uns, hinter uns, dreh dich um, dreh dich um. Rein hat Down? Ja. Brauch Heilung? Hab dich. Aber guck mal, da war mein Gespür genau richtig, ey. Ich sehe da nur so eine Zaya rauskriegt, das sind noch viel zu wenige, jetzt ist es da los. Rechts wird er Reaper. Äh, ich, ich slarfe. Ich slarfe. Ich slarfe. Um Ana. Um Ana. Um Ana. Ich hab Mercy gemacht. Reaper, Reaper, Reaper. Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn, schießt auf. Okay. Er holt sich heal. Gabi, mit dir. Seh da oben, nix. Spürt die heilende Ruhe. Oh, ich geh rein, Azzentale. Mercy. Was macht die denn da? Steht da so in der Ecke und hofft, dass man sie nicht sieht. Reaper ist wieder oben. Ah, jetzt ist er weg. Die Mercy stirbt immer instant. Die switcht gleich. Oh, ich schlafe wieder. Oh nein. Oh, du hast den Heal von mir drauf noch. Das ist sehr gut. Du bist halt ein perfektes Ana-Target. Was auch, ja, komm. Ike ist tot. Oben schießt ne Ferra runter die ganze Zeit. Ich treff's den nicht. This passion is on fire. Ich auch. Dass die noch kein Genji gewählt haben. Da kommt ein Genji, glaub ich. Ne, ist ne Ferra. Ich schlaf wieder. Bist du wieder wach. Hebt uns! Oh Gott. Ich wurde erwischt. Ah, das ist gemein. Unsere Ana hübscht um ihr Leben. Sie ist tot. Du hast gerade keinen Supporter am Arsch. Also musst du aufpassen. Nice, Goro. Alle sterben, nur Goro nicht. Ah, ich kann nicht mehr! Alle sterben. Der Tank. Nur Goro nicht. Best schon only, ey. Ich bin wieder da. Ich bin über dich. Ich wache über dich. Ferra kommt. Aua, sie hat mich getroffen. Ich schlaf jetzt. Jetzt bin ich tot. Du bist tot. 15 Kills. 15er Killstreak hab ich gehabt. GZ. Er kam auf Genji jetzt. Jetzt haben sie endlich verstanden, was man machen muss. Sie haben Genji geholt, ja. Ich bin ein Bash in dich dominieren. Jawohl! Ich und Junkwit haben die Dings runtergeworfen. Genji ist hinter uns. Genji kommt von oben. Hab Genji gemacht. Wir beenden das hier und jetzt. Alla. Dass sie nicht den ersten Punkt kriegen. Oh, der Reifen kommt. Das müssen wir uns ein bisschen trennen. Ab dem Reifen. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ja, ich bin tot. Ja, jetzt kriegen sie den Punkt noch. Nein. Nee, nee, nee. Nee, nee. Sind alle tot. Der ist, der ist noch so weit. Die schieben zwar krass, aber die kriegen nicht den ersten Punkt. Junkwit hat einen Reifen. Ja, Junkwit hat einen Reifen. Ja, das ist aber unsere. Ja, er hat sogar Farrah erwischt. Nein. Oh, nice. Farrah war die Einzige, die da war. Mit rein hat. Oh mein Gott, nice. Ja, aber 60 Meter. Wir hatten die auf 23. So lange. Haben wir uns doch nochmal überrennen lassen. Hätte ich, weil ich den Panzer hatte, hätte ich Arnas Ulti gekriegt, hätte ich alle fertig gemacht. Ja. Never before has Junkwit been useful in a game. Never. Das ist gelogen. Also Junkwit ist schon ziemlich nützlich meistens. Ich muss mir halt angewöhnen, sobald ich nichts reiz, sobald ich irgendwie dreimal sterbe oder so oder schnell sterbe, muss ich echt wechseln, ey. Das muss ich mir auch angewöhnen. Mhm. Nicht so wie ich. Bashen only, oder? Ja, gut. Aber es lief ja. Das war ja noch nicht... Im Angriff... Ich glaube, im Angriff ist Wechseln wichtiger als in der Verteidigung. Zum Schluss wurde ich oft kaputt gemacht jetzt. Also ich behaupte, dass in der Verteidigung das Wechseln nicht so wichtig ist wie ein Angriff. Weil im Grunde muss der Gegner dich ja kontern, damit er durchkommt und nicht du den Gegner. So, weißt du? Das stimmt. Deswegen muss er eigentlich der Angreifer eher wechseln als der Verteidiger. Aber... Alles eine Frage. Tech. Ich bin nicht für meine Meditation. Ja. Reinhard, Junk, Diva, Mercy... Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Was hast du? Reinhard, Junk, Mercy, Diva... Den sechsten sehe ich nicht. Zen. Zen. Ja. Den haben wir alle, ne? Ne. Einer fehlt noch. Torbjörn, Wäsche. Arna. Fünf. Ich seh's nicht. Keine Ahnung. Einer versteckt sich noch. Zwei. Eins. Was nicht verkehrt ist. Auf jeden keinen Fall. Eskortieren Sie die Pracht zu Ihrem Ziel. Heilung, Platte. Ich geh mit Rotor links rum. Ich hase die Pracht. Hufft seinen Schatten auf dich. Nein. Hat Mercy, äh, mercy, mercy haben wir gemacht. Nice. Mercy, Spade. Pharah haben die noch. Pharah. Die hat sich versteckt. Nice, 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 nice. Das ist ein guter Kill, den wir gerade machen. Da sie keine Symmetra haben, müssen wir nicht auf dem Slate. Nice one. Keep on rolling, 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 rolling. Nur bis da vorne müssen wir kommen. Ja, eben. Voll easy. Außer die stompen uns jetzt tot. Ich bleib aufm Auto. Macht ihr mal. Sehr gut gemacht von uns. Da kommen Reifen. Vor allem haben, äh, also das Verteidigen war absolut richtig nice. Das war, glaube ich, eine der besten Verteidigungsrunden, die wir je hatten auf Libraltar. Findest du? Ja, Alter, so dicht haben wir sie am, am Startpunkt weggenommen. Ja, hab ich bestimmt schon mal gehabt. Ich weiß es, ich bin mal unsicher. Ist das die letzte Ulti? Nee. Was ist mit dem Bastion? Warum wurde Bastion nicht appreciated? Was macht der da? Guckt sich erstmal die Landschaft an. Und ich hab alle fertig gemacht als Bastion. Ich hab auch, ich hab auch voll viel gemacht. 15er-Killstreak, Alter. Heh, it sucks. Ja. Level up! Kann ich nur eine Lootbox öffnen. Ich auch. Aber wir kriegen wahrscheinlich nicht, äh, wahrscheinlich nicht die Punkte wieder, die wir gehabt haben eben. Ich hatte 22,5,5 als Blu-Forgang. Oh, jetzt sehen die Leute ja, wie tief ich schon gesunken bin in meinem Leben. Also bevor wir, letzte Runde verloren, oh doch, ich hab zwei Punkte mehr jetzt. Ich hab 25 Punkte bekommen. Zwei Punkte mehr, als wir eben verloren haben, ey. War nicht schlecht. Ich spiel mich hoch. Ja, ich spiel mich hoch. Komm, Lootbox jetzt, Lootbox. Auf drei. Warte, warte, läd noch bei mir. Server lag gerade. So, drei, zwei, eins. Ah, was episches. Ah, ich hab nur blau. Ich hab den Torbjörn-Skin, ach, den Torbjörn-Skin, den Bastion-Skin, diesen Bösen. Den, die roten. Okay, ich hab drei Sachen, die hier drin sind, hab ich schon gehabt. Echt? Mhm. Ich hatte zwei. Die Siegerpose für Mercy und... Aber ich hab 1480 Gold. Ich hab nicht mehr so viel Gold, weil ich mir die Sitz-Emotes geholt hab. Ah. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Kurze Ranked-Folge, aber ist auch mal ganz cool. Hauptsache gewonnen. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020